zurzeit gibt es ja leider keine möglichkeit um irgendwo zu feiern oder zu tanzen deshalb lade ich euch ein zu tanzmarie at home gemeinsam mit dem schwarzwaldtourismus starten wir einen aufruf wirft euch in schale macht aus euch die schönste schwarzwaldmarie das tolle daran ihr dürft die schwarzwaldmarie so stylen wie ihr das wollt jeder kann mitmachen vom kleinen tanzmariechen bis zu den party mädels die dance floor mamas sogar die rüstige oma also runter vom sofa die besten videos die ihr uns zu schickt die sind dann in meinem nächsten musik clip schickt uns eure videos ganz einfach per we transfer an folgende e mail adresse marie at schwarzwald minus tourismus punkt info und den richtigen tanzrhythmus zu meinen neuen song marie den findet ihr hier im beitrag jeder der mitmacht hat die möglichkeit eine woche schwarzwaldurlaub zu gewinnen also wir freuen uns auf dich tanzmarie